Hallo, heute sind wir in Sulze-Moos bei der Metzgerei Braun, 24-7 Laden mit AFID-Technologie. Wir gucken uns das gleich mal an. Sulze-Moos ist zwischen München und Augsburg gelegen. Ja, wie kommt man rein? Rein, indem man die Karte hinhält, hoffe ich, und dann geht die Tür auf, genau. Und jetzt sind wir hier in einem ganz kleinen knuffigen Store tatsächlich. Gucken wir uns gleich mal das Sortiment an. Mehl, Eier, Barbecue-Soße, Nudeln, dann recht viel gekühlt, natürlich Würstchen und Fleisch, eben Sachen von dem Metzger. Und was wir hier dann auch schon gleich sehen, glaube ich, ganz gut, ist hier der AFID-Technologie. Das heißt, hier läuft alles mit AFID. Relativ kleiner, kleiner Kasten, wie gesagt, 24-7 offen und bezahlen ist eigentlich ganz einfach. Haben wir ja schon mal gemacht. Man muss hier, kennt das ja auch aus dem Session-Bereich, von Uniqlo oder Pull&Beer, hier die Sachen dann da reinlegen und dann erscheinen die automatisch auf dem Bildschirm. Machen wir jetzt aus und weise nicht. Und kann dann hier mit EC-Karte bezahlen. Eigentlich ganz, ganz einfach. Und dann eben die typischen Metzgerprodukte. Warum macht AFID Sinn? AFID Sinn macht Sinn, weil ein Metzger vor allem auch das MAD immer wissen muss. Und das ist überhaupt ein Tech drauf. Das kann der ERN-Code nicht. Und deshalb AFID-Technologie und die ja dann in der Abrechnung, weil man eben alles nur in diesen Schach da reinnimmt, auch ganz einfach ist. Also, ich glaube, haben wir verstanden, oder? Metzgerweil Braun im Sulzmoos zwischen Augsburg und München gelegen. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Dann sehen wir noch ein bisschen den knöchigen Store. Und dann würde ich mal sagen, dann ist das echt cool hier. Aber schon mal in der Shopbox gewesen.